der von hinten drauf gesprungen ist gut noch versucht und hatte hier noch ich habe gesehen wie er weg in der 2 habe ich auch schon versucht die achterbahn auszumachen wie ich würde sagen letzter versuch sonst machen wir es wieder billiger noch und noch mal wieder wie vorhin also schön immer wieder zu laufen gefühle hoch wisst ihr noch beim letzten mal ich habe warte okay So, jetzt müssen wir hier wieder durch. Und wieder? Hier ist nichts. Ne, Kettensäge. Ich denke mal, weil der Tank immer da ist. Ich glaube, wir machen bei der Achterbahn auch nicht den einen Stopp. Um, äh, hier sind Tabletten. Munition anzusammeln, weißt du? Genau, wegen der Munition anzusammeln. Habe ich letztes Mal auch nicht gemacht. Weil ich glaube, nach der Achterbahn ist da sowieso ein Safe Room, oder? Mhm. Das ist dann halt, ja. Warte kurz, ich will noch mal die neue Waffe. Weil ich liebe es ja sagen, wenn wir mal unendlich Munitionen, da brauche ich jetzt die 50 Schuss nicht verstanden. Das stimmt. Und runter. Moin, da sind wir wieder. Danke. Alter, wie die auf mich einprügeln. Bei Service ist das denn da. Was ist Rochelle? Und vielleicht auf der, auf der Karussell, äh, Ding. Ach, scheiße, finde ich kaum noch mit Leben, ey. Rochelle, hast du kurz vielleicht irgendwie was für mich so? Hm, hm? Nee. Schade. Ähm, dass wir vielleicht, die... Ich hab ne Pipebomb, wer hat noch ne Pipebomb von euch? Ja auch. Ich weiß, was als Erste ist, dann schmeißt Big Manor nach einer Zeit und dann nochmal du. Genau. Weil du die meisten... Hier müssen wir eh durch. Ne, neue Waffen nehm ich mir nicht. Ey, die ist auch kacke, das war ne Sniper. Äh, da lang, hier. Auch hier durch, egal. Über den Schaden. Die Screaming-Oven. Wört, das ist, die Screaming-Oven. Beste Achterbahn der Welt. Echt jetzt? Weiß ich nicht. Genau. Seid ihr alle da? Ja. Okay. Okay, noch? Jetzt sind noch keine gekommen. Und offen. Durch. Gut. Einfach laufen. Von hier oben, genau. Die erste. Jetzt läuft. Lauf, 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 lauf. Irgendwo lauf mich davor. Leg uns den Weg frei. So, Böll, machst du von hier oder willst du gleich noch warten? Er ist da unten. Ich glaube, da unten sind wir meistens verkackt. Hier, jetzt gleich hier. Du hast schon. Dann ist hinter uns aber frei, wenigstens. Gleich musst du also werfen. Munition nicht nehmen, Börje. Nicht runtergehen von der Achterbahn. Immer weiterlaufen. Okay. Jetzt schmeißt du. Ja. Okay, Beeilung. Ich habe noch 33. Du schillst da unten. Das ist egal. Wenn wir da hinkommen, wir müssen den Alarmherz ausschalten. Machst du? Ich schaffe. Sehr schön. Okay, jetzt. Was ist jetzt, Alter? Wir müssen hier lang. Auf die Brücke. Da ist. Was gibt es hier? Mann, du musst aber auch helfen. Laser Visiere. Gut. Keine Position mehr. Mach einfach weiter. Mach einfach weiter. Mach einfach weiter. Eine Pistole, Börje. Ja, geil. Einfach, weil da unten ist der Safe Room. Da unten ist der Safe Room. Komm. Du musst aber auch helfen. Komm, Mann, geh weiter. Ich gebe die Sekunde auch weiter. Genau, aber ich werde halt direkt von vorne frei. Mann, ziel mir den Ding woanders hin. Ein guter System, Hunter. Jo. Ist der Safe Room da vorne? Ja. Komm, ich war. Das schaffe ich nicht allein. Ich brauche Hilfe. Gut. Ah, der geht ja nicht. Warum? Weil du draußen. Du musst erst sterben. Ja, egal. Gab es die schon Munition? wenn du dich noch retten könnt. Egal. Ich nehme so viele mit, wie ich kann. Komm, Mann, der ist gerade nicht. Wie ist es? Alles okay. Alles okay. Okay. Pass auf. Jetzt geht es weiter. Danke. Ist das gut. So. Geh rein. Bewegt eure Ersche und ihr habt hier rein. Sehr schön. Sehr schön, ey. Mal gucken, jetzt wo Schell bestimmt... Nee, oh. Nee, der ist ja sofort kapiert. Wie bitte? Nee, der ist ja sofort geschraubt. Ja, ja stimmt, hast recht. Aber da hat sie wieder den Tank, ey. Boah. Das gibt's nicht. Ich kann's, ey. Ja, die ist echt, ey. Man glaubt, komm. Wir hätten mal die Gummi-Wurst fragen wollen. Sollen die Worte ja mitspielen eigentlich. Die Gummi-Wurst. Ich vergesagt. Aber zockt da nicht was anderes? Ich glaube, der spielt gerade Alone in the Womb of Hell oder sowas. Ja. Kills mit, äh, Dingsbums. Oh. So, was ist denn? Ah, von der Gruppe hier. Midnight Riders. Oh. Das ist nur so ein Band. Das, 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 das Finale von dieser Map wird richtig geil, wenn ihr das nicht kennt. Äh? Hier ist zum 1. September. Harvest, Texas. Ja, warte, ich locken wir eben Alarm. Du müsst ja kein Leben verschwenden an den Gegner, die wir von hier aus wegholen können. Na, stimmt. Stimmt. Ist irgendwie eine neue, gute Waffe? Nee. Außer die da hat auf die AK. Ich nehme die AK. Geil, man kann auch durch das Holz schießen. Wir weiter. Okay. Es hilft uns doch mit 48 Dollar die Sekunde oder sowas. Nein, ach, ein Tickel kostet dafür. Achso. Öö. Ja, das ist in den E-Pox. Guck mal, ein fester Elefant. Oh, jetzt ist sie weg. Guck mal, ein fester Elefant. Yo. Mit Einschuss noch im Kopf. Hups. Okay, jetzt ist wieder die Frage, wo muss man lang? Ich glaube, den ist nur durchs Autoscooter durch. Dein Autoscooter. Er hat dann doch immer seine Kollegen, wenn ich nicht. Ich bin noch nie so oft Autoscooter gefahren, wenn ich halt drauf war. Hinter euch ist ein Hunter. Danke. Hallo. Helicopter. Na, es kommt nicht wieder. Bewege ich, du sollst nicht zum Tief fliegen, dann lockst du in die Jugendswahl der Aufsehung. Genau, das ist es. Das macht aber extra. Ah, das sind Kuscheltiere. Los, rein im Stadion. Fleischhamburger. Mieter. Ich bin jetzt nicht schon wieder hier am Anfang. Ich stelle es da an. Ah, da hinten im Arsch, was macht die das? Ja, komm, scheiß drauf jetzt. Irgendwann wird es jetzt gleich so schwierig, dass wir es nicht schaffen. Mal Licht ausmachen. Ähm, nur noch guck ein dünnliche Kuh ist da wieder. Wie heißt die nochmal, Witsch? Genau. Iiii. Was haben wir denn hier? Ja, warte, ich wollte nur kurz einmal, äh, mir Medizin mitnehmen. Hä? Raubombe, auch das sofort immer mitnehmen, ey. Oh, nicht. Machen wir gar nicht hin, ne? Ja, geh weg. Iiii. Hier liegt ein Katan, Messer, äh, Schwert. Ach, stimmt, der streichelt so hier. Ja, ja, glaube ich auch. Willst du mal streicheln? Kommt der denn her? Äh, da kommt ein Dings. Äh, Tank oder ein Charger? Ich glaube. Tank. Tank. Ohne Charger. Was, noch? Beides? Tank is down. Charger auch. Charger auch. U auch. U auch. Sehr schön. Ihr seid die Besten. Atenaline. Wir haben Waffen. Ach, Autos scheiße, hier ist ne Monatow-Girl. Jo. Ein tödlicher Cocktail. Hinter der Erde. Wenn so ne Kack war, war ich keinem euer Türmeer, Arthur. Ritarre. Ach so, wir müssen aufs Dach. Hey, wo seid ihr? Alter, den hab ich jetzt nicht gesehen, ey. Was, ey, läuft der Meer? Boah, doppelt vollgespritzt, ey. Ja, Mann. Das Finale wird übrigens echt schwer, ne? Wenn wir bei der Karatelle-Bugin hatten, dann das Finale wird uns auch normal nicht schaffen. Ah, ich leg auf den Boden. Dann kommt der Tor, glaube ich. Scheiße, dann kommen wir gar nicht hoch, Irgendwo. Warte, warte, Irgendwo. Irgendwann, ja. Ich bin schreit, ne? Wir kommen ja nicht hoch. Da kann man sich gar nicht selber. Wir kommen ja nicht hoch. Kommt man irgendwie hier wieder. Nein, kommen wir nicht. Wir kommen nicht zurück. Wenn man versucht, ist es jetzt alleine. Ja, müssen wir, ja. Ja. Du wirst ja schon irgendwann wiederkommen. Das ist kein Problem. Ich sitze auf dem Dach. Ich brauche dir hier mal Hilfe. Und heiße Karl-Zone. Alter, von hinten auch. Ich glaube an dich. Ja. Richtig, versuch uns erst vorbeizuschleichen. Ich kann ja jetzt nur so verfolgen. Mit Wallhack. Genau, ich habe einen Wallhack jetzt trainiert. Aber so schnell weg gehen wirklich. Hey, ich brauche Hilfe. Vielleicht kann ich sie anlocken mit meinem Schießer. Okay. 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 Ich brauche Hilfe. Das ist geil. Das ist geil. Die rennen alle zu euch. Ich rieche doch hier. Weißt du, weil die waren nicht mal früh am Mittagessen. Scheiße, lade nach, du Sau. So, ich bin jetzt da. Down. Down. Jetzt kann ich euch zugucken vielleicht. Scheiße, keine Munition mehr. So, jetzt kommt da keiner mehr. Habt ihr keine Pipebombe? Haben wir schon geworfen. Mit Mana, du? Ja, oben nicht doch mal die Ziumana. Oh, geht doch beide da hoch ab. Ja, ich kann ja nicht, wenn ich festgehalten. Er schafft, der Herr schafft ihr nicht. Ich schaffe alles. Muss man wollen. Die Türen sind auf. Wie viele kommen denn da übertreibt auch mal ihre Lage? Alter. Noch weiter, lauf, kämpf, kämpf, nicht wiederbeleben. Kämpfen. Lass da Ruhe, lass da für Ruhe sorgen, dann wiederbeleben. Hinter dir, Böe, hinter dir. Ich darf's jetzt zwar nicht sagen, aber... Was darfst du sagen? Wir machen kein Räumplay. Doch, machen wir jetzt ein ganz ernsthaftes... Ich spreche aus dem Jenseits zu euch. Danke. Hast du Medikation? Nehmt euch Munition oben erstmal mit. Da kommt wieder ein... Boah! Alter! Wie krank ist das denn bitte? Ich bin gleich tot. Ja, ich bin down. Hänge fest ins Bitterschleiß. Hau dir mal Hilfe! Das Tor ist auf! Alter Vater. Ah! Krass, vor mir viel. Ich seh gar nichts mehr. Ich bin down. Ja, ich auch. Hänge hier. Ich hab gar nichts mehr gesehen. So viele Zombies waren hier. Ist das die schwierige Stelle? Nein. Okay. Alter Schwede. Oh, da. Ich hab sogar, dass wir auf leicht stellen, wenn das nochmal so geht, weil sonst strecken wir doch hier alles in die Unendlichkeit. Ja. Ja, das stimmt. Und ich hab keine Lust, 45.000 Minuten Folgen hochzuladen. Moment. Moment. Was warst du noch? Ich hab nur aufgemacht. Achso, da. Äh, ja. War ne Bescheißer. Ja. Ja, aber. Ganz ehrlich, mein Gott. Ist halt nicht peinlich oder sowas. Mein Gott, ist halt einfach so. Wir waren auch unser Spaß. Und man muss ja mal dazu sagen, weil ich ja eigentlich oft hier als Let's Player reden noch dabei, ja. Man muss ja halt noch so ein bisschen aufs Spiel konzentrieren und dann noch wollen die Leute noch so ein bisschen unterhalten werden halt mit Sprache. Das ist natürlich, wenn man jetzt alleine spielen wird und man dabei nicht redet, hat man natürlich dann halt auch mehr Konzentration. Ja. Ich bin, glaube ich, bloß alleine weniger bezockt. Ja, auch Teil 1 zum Beispiel hab ich auch ganz alleine gezockt. Und auf Mittel. Das ist einfach... Das klappt einfach irgendwie. Oh! Oh, das ist wirklich gut. Lass mich vorgehen, die wollen nicht getraben. Ah, oder der muss reden. Hallo, Leute. Ja, ich wollt grad, aber jetzt... Ah, es sind Dings hier. Mal im Helm gehen, ey, das... Du siehst ja nichts. Schlagen, ja. Da oben ist ein Tank. Hinter dir. Hinter dir! Ah, ich hab hier jetzt so viel. Mal gucken, wie es gleich irgendwo in der Liste ist. Ich müsste eigentlich auf Platz 1 sein. Hörter? Los, rein und stell dich zum Nachladen. Ich hab ne Idee. Ich würde gerne ein Mediket nehmen eben. Das geht auch bestimmt, Wetten. Das geht. Wir haben einfach keine Zeit. Ne. Wir müssen weiterkommen. Spauen nicht wieder so viele Viecher. Spielen können wir auch dann später mal. Hochgibts vielleicht wieder ne Rohrbombe. Guck mal ganz kurz, wenn ich dann... Ist, oder? What the fuck is that? Küchenmesser oder sowas? Ja, hier ist auch ein Küchenmesser bei mir unten. Wo mussten wir eigentlich jetzt langlaufen? Ach, hier durch das... Oh, mein Nacken, ey. Oh! Das ist jetzt doch kein Zombie hier. Ja, ich hab aber das Gefühl... Da ist ne Rohrbombe, eine nehm ich mir und hier gibt's ein paar Waffen. Ich hab' die Schraut. Ah, du scheiß Ding, ey. Du bist so scheiße, ist das, ey. Ich sollte mal gleichzeitig runterspringen. So. Okay, runterspringen. Hey, bist du noch hinter uns, oder? Ich bin vor dir. Ja, jetzt. Da ist ein Charger. Mach von oben hier kaputt. Charger! Ich frag mich nur, wie der mit seinem Krüppelarm klettern kann, ey. Das geht doch eigentlich normalerweise gar nicht. Die überhaupt alle hier klettern können. Oh, dass es hier lieber keine Ridge gibt, so wie ich reingesprungen bin. Ja. Müssen wir jetzt nachher hier unten, oder? Hütter? Ja. Ja. Da ist ein Schalter jetzt gleich. Ich mein, da hat erstmal Munition auf. Ganz ehrlich. Habt ihr auch ne Pipob, oder hab ich die einzigste? Ich hab keine. Wenn nicht, werfe ich sie jetzt gleich mal. Da, ja. Okay, jetzt werfe ich sie. Jetzt bin ich grad. Die Lunte brennt. Die Lunte brennt. Nicht draufschließen auf die Menge, die sollen sich selber. Seid ihr denn da hochgepumpt? Da gibt's ne Leiter. Da treppe. Ja. Da Leiter mein. Lade nach. Kann man mal rückpacken. Wenn das von hinter uns keiner kommt. Die Türen sind offen. Haben wir das Medikid? Oder du weg mal. Aber ich hab das Medikid nicht. Ich hab eins. Ich hab eins. Ja komm hier hoch. Ja nimm. Dann nimm. Dann kommt die nächste Horde. So. Hab's. Okay, komm runter. Und da ist ein Charger. Boah. Komm runter. Okay. So. Jetzt. Der hat keinen Eindruck gezahlt. Alter, wie viele. Oh, das Stadion war bestimmt voll. Jetzt gleich. Und gleich kommen bestimmt die. Oh, fuck die. Da kommt ein Tank. Nee, ein Jockey. Fuck das. Fuck das sind die Trending, die auf einen Raus springen. Ja. Safe Room. Alter, wir müssen das jetzt kommen. Boah, wie viele im Safe Room sind. Okay, mach zu. Alter. Boah. Ich kann mir vorstellen. Was, schon wieder? Das raffe ich nicht. Naja, gut, ist egal. Ich glaube, dass gleich als Ende. Ich hab's ja noch nie gesehen. Dass dann die Band auch als Zombie irgendwie da auf der Bühne steht. Irgendwie sowas. Spoiler nicht, okay? Okay. Nee, nicht spoilern. Ich...